der buskanal heute mit den zwei türchen 22 und 23 leider nur als recap wieder weil ich jemand versprochen habe sie öffnen zu dürfen deshalb sind sie schon offen da hatten wir einmal hier 22 schalke ochida und zwar aber wir haben die karten sortiert wir zeigen euch was rausgekommen ist einmal kessel base karte und einmal borussia mönchengladbach mannschaftskarte und dann gab es hier kann man sehen van der fahrt nummer 23 und da kam einmal raus sem und einmal ich glaube zweite liga ist es ist der fc union berlin klubkarte kurzer recap über die zwei türchen und morgen ist es soweit der 24 da werden wir uns noch mal hören und zwar mit diesem türchen hier mit der nummer 24 dazu kommen wir aber erst morgen natürlich und da hoffen wir dass wir da ein richtiges opening video mal wieder machen über dieses türchen ist natürlich noch zu das wird es morgen geben also schaltet wieder ein und ja wünsche ich euch heute noch einen schönen tag ich hoffe ihr habt keinen stress mehr alle geschenke gekauft dann bis morgen euer buskanal